Ich mag mal Pixelman hier auf dem wunderschönen Pixel-Beltuntergekragten-Server. So, jetzt sehen wir uns nicht mehr, weil ich es nicht einfahre, denn nein, das ist schon nicht mehr Server. Hier werden auch jemanden mal. ... Jaday! 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 Ich werde nur hier sehen, ob mein Chilas auch die Anrafftlandsempfung machen wird. Chilas hat mich gerade nicht enttäuscht. Wenn es hier Waffen hier gibt, habe ich jetzt gesehen. Ich werde es hier sehen. Ich werde es hier sehen. Ich werde es hier sehen. So. Ich kenne die Map hier leider noch nicht so gut. Ich werde es hier sehen. 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 Okay, ich habe die nächste Runde. Klaferi! Bellsprout! Klaferi! Bellsprout! Klaferi! Klaferi! So, ich war ja noch ein Problem im Center. Bellsprout! Dann werde ich, denke ich mal, aufs Gehlas auf Level 15 bringen und dann war's das. Klaferi! Ich meine, in der nächsten Folge würde ich so Level 20 trainieren und ein bisschen weiterreißen. Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell der Winfruktion mit Printfall komme. Klaferi! 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 wie war es also gerade flüssig läuft dort so dass ich mein Aufnahmefenster so mühlos öffnen kann und er hätte es gleich auch schon noch mit meinen Schellers auf der Schrift zu bringen ich werde vermutlich gleich noch aus wie in Alip so weiterentwickeln dann sehen wir uns wieder im nächsten Part